Hi Leute, grüßt euch. Willkommen zurück zu meinem Kanal und dem God of Wash Spiel. Ja, wer meine letzten YouTube-Videos geschaut hat, der weiß, dass wir jetzt hier im Inneren sind von diesem, von diesem Hammermann, oder was ist, wie der Typ. Und wir versuchen jetzt an dieser Stelle... Das war nicht richtig. Versuchen wir an dieser Stelle in die Spitze vom Hammer zu kommen, damit wir dann irgendwie was lösen, das uns das Eis zerspricht. Los! Bau, Heust, Petty, Sumat. Noch immer nichts. Junge, wie war die Reihenfolge im Lied? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Los! Huist! Huist! Wettür! Sumat! Umgekehrt, Jungs! Was? Natürlich. Das Rätsel. Die Antwort ist umgekehrt. Ich kann jetzt hier diese Dinger hier verschleiern. Du bist. Das Rätsel. Winter kommt zuletzt. Na also, Bruder. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Frühling. Das ist der Frühling, Sommer, und dann kommt hier der Herbst hin. Das ist der Herbst. Junge. Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Ach, Winter, Frühling, Sommer, Herbst haben wir doch. Los. Petr, Baur, Sumar, Huist. Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Wundern. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, man ist es so. Wir brauchen hier den Herbst. Wieso kommt er hier nicht? Dann machen wir es so Frühling, Sommer, Winter, Herbst, dann machen wir es so Frühling, Sommer, Winter, Herbst, dann machen wir es so. Frühling, Sommer, nee, hier muss es doch, oh mein Gott, jeder Winter, ich bin hier auf der Anfang, hier gibt es nur den Herbst und den Frühling, oder wie? Das gibt es doch gar nicht. miserable, Ich Celtic, ich bin hier שמ�eratet, dieses Jahres, in jeder Reihe, habbert verletzt, was for mir sind. Tak, zurück, Wasser, 真的, dairam리iert, was der Moment, sondern schon wieder gut. Frühling, Schatz, Piuren, Sommer, OK, Schatz, Frühling, Sommer Herbst und dann machen wir hier den Ding Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied Kotz gleich Kann doch nicht sein, oder? Winter, Herbst Frühling und Sommer Power Zumal Nein Soll ich mal? Nein, ich brauche nur Ruhe Winter Zuletzt Bist du sicher, dass... Still Winter kommt zuletzt Umgekehrt Ja, wenn Winter zuletzt kommt, dann ist es hier Winter kann aber nicht zuletzt sein, weil da ja... Winter kann aber nicht zuletzt sein, weil da ja... Das gibt's doch gar nicht Das ist doch hier Winter Ja Hier gibt's nur Sommer und Frühling, seht ihr das? Das gibt's doch gar nicht Und Winter Und wo ist Herbst? Herbst haben die nicht und Sommer wieder So, Winter Frühling Sommer Ja, Winter, wo ist Herbst? Ich trete du es hier? Ich trete du es hier Ich trete du es hier Ich trete du es hier Hey! Ich trete du es hier Komplett verkehrt! Die ganzen Jahreszeiten komplett verkehrt! Atreus, dieses Wort! Thola, das heißt andauern! Versuche es! Thola! Gut gemacht! Crazy! Schreibe es nochmal! Thola! Wir steigen! Die Energie hebt die Plattform! Schreib weiter! Thola! 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 Wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie! Gefährliches Zeug, mit dem die hohen Warten der Frühe gern spielt! Die Fähigkeit, die Zeit heizt! War sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Njörn! Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja! Die sich Zeit bewandern auf Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält! Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen! Also beschlossen sie die Zeit nicht mehr über den Himmel! Ich schaue mich! Ich schaue mich! Weiter los! Das7 ist wieder auf. Ich schaue mich! Wieso CSDRK bleibt schnell 제가, die sind rein! Hat er sich! Eine Komühle mögliche Möglichkeit. Ich schaue mich! Kann mir r트. Dann spread der blockchain! Fert der rer production! Vor respiratory. Schreib schnell weiter, bevor der Bullmatch ist. 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 Das war der Trick. Den haben wir gemacht. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, diese Peter. Okay, und jetzt wollen wir endlich... Also da ist er. Wir bekommen ihn frei. Wir schieben. Wir schieben. Ja, Leute, wir schieben das auch. Nur wir schieben das nicht jetzt, sondern wir schieben das beim nächsten Mal. Also, an dieser Stelle hoffe ich, es hat auch wieder ein bisschen Spaß gemacht beim Zusehen. Gerne einen Daumen hoch lassen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao.